ja er sagt es Leute aus dem Kommentar ich glaube ich habe schon recht er hat mich vertrauen weil es ist glaube ich kein Fehler gewesen das ist zu sagen jetzt werden sie müssen missbrauchen mein ich hab's auch gelesen aber andere haben auch geschrieben um ein Scheiß du laberst Bullshit oder ich meine andere ein bisschen was ja ich hab grad überlegen müssen warum du so Akkub ist an was haben die geschrieben ja man man darf keine werden keine Waffen und kann wer sie nahm haben sagt andere echt okay das kann auch sein also nicht die dem halt das Gefühl geben dass sie angreifen wird genauer gewisse das ist gruselig nur ein Ding die macht man Knochenmehl noch mal einfach Krochen alle einschmeißen naja dann machen wir zum paar schöne wunderschöne Bäume was das für ein Zimmer wo bist du denn Sascha woher wenn ich das wüsste ich habe so Schiss man ich bin wieder reich verschließt ich bin wieder reich und auf Diamanten Suche echt mit was bist du reich mit Sessling mit alles ich habe alles Eisenherzen 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 Dorn also dieser Wieser Geist kurz nicht an aber weich schon was alle die mich vorunerlei ein Prozess Todeschen Miss Grau aber hier ist das Grauens, Mann. Wuuu! Ich war viel schwer, dass unsere Schleingeschichte... Warum werden die Bäume so klein? Ja, wenn du sie mit dem... Mit Knochenmehl. Ja, dann werden die nicht so Bombe. Also wenn du sie gechillt wachsen lässt, hab ich das... also mein Gefühl. Da kann sein, dass sie voll abgehen, wie dieser eine da vor unserer Hütte, was du da gepflanzt hast. Solche finde ich übel geil. Ja, okay, aber... Ich hab nicht so viel Zeit, ich kann nicht warten. Das muss... das muss Frucht ein. Was kann ich noch mit Rettstum machen? Redstone, das kann schon über deinen Kopf tun und dann läutet dein Kopf. Ja, das... Jetzt mach, mach, warum machte das nicht? Was mit dem Kopf? Nein. Glaubst du nicht wirklich probierst du aus? Du fragst dich auch nicht. Nein. Nein. Scheiße. Oh... Das ist doch voll des Debris Zeugs, oder? Was wir letztes Mal gehabt haben, dieses schwarze Stein mit diesem... traurigen Smeidi. Funktioniert einfach nicht. Ja, ja, ich find's nicht schlecht. Ja, ich auch nicht. Ehrlich gesagt, find ich sehr nice. Ja, also ich mein nur, das ist eigentlich voll des Debris Zeugs. Eigentlich schon, aber das passt zu uns. Nein, das ist Emo Zeugs. Ja, ja, das passt zu uns. Was machte gerade? Ah, wir haben fette Sachen. Coole Sachen am Start. Mach einen künstlichen Wald von unserem. Leuchtsteinstaub. Zuhause. Haben wir eigentlich ein paar Pilze, die ich mit Knochenmehl so schön groß machen kann? Ja, in dieser gefälten Pilzzucht unten. Hinter den Knochen. Das ist bei mir irgendwo unter meinem Knochenmehl. Okay, ich finde... Und underground Channel. Das ist kein Problem für Meister Dimitri. Ich hab hier auch ganz, ganz, ganz viele Pilze. Soll ich mal mitnehmen? Pilze? Ja. Ja, doch. Aber weißt was? Ah, es dreht sich vorne allein. Ich hab so Angst, jemanden auf die Füße zu hauen, weil hier sind so viele Schweine. So viele Monster Schweine. Also deine Pilzsucht ist ja jetzt offline, oder? Ja, ja, die ist voll für den Arsch. Das war nur so spontan reingeschmissen. Gut, dann nehme ich das alles mit. Erde brauche ich nicht. Was brauchst du dann? Alles dreht sich vorne allein. Der Sascha ist heute sehr, sehr ruhig. Also letztes Mal hat der... Ja, sehr abwärts. Ja, aber der ist allgemein heute sehr ruhig. Man muss es ein bisschen tolerieren. Ähm... Da ist was passiert. Und zwar, heute Morgen war er auf dem Klo beim Pinkeln und die Kloschüssel. Die ist sehr locker. Und die ist dann runtergefallen und hat etwas getroffen. Ich hoffe, dass sie doch auch wird. Nein, Mann, nein, 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 nein. Und das hat... Ich hab nur Angst zu sterben, weil ich will was erreichen. Aber ich hab da was anderes gehört. Man hört vieles. Ja, man hört so viel. Sollte... Ich hab von dir... Also du hast geschrien. Und dann war die Hose ganz blutig. Hättige Fantasie habt ihr auch. Äh... Ich weiß nicht, was heute los ist, aber... Ne Dima hat heute angefangen. Ich kann nichts dafür. Warum kann ich Pilze nicht in die Erde reintun? Das hab ich mir das letzte Mal auch gedacht, aber ich war ganz still, weil ich es nicht hinbekommen hab. Wieso? Achso, jetzt geht's. Hm, komisch. Mit was ging's? Ganz normal im Dreckling, aber davor hat's nicht funktioniert. Ja, bei mir auch nicht. Ich sterbe. Ja. Das ist... richtig, aber wieso? Oh. Oh. Oh, hast du was Schönes gesehen? Naja... Boah, da drüben ist ganz viel cooles Zeugs. Ah, ihr seht sich von allein. Von allein. Was ist das für ein Lied? Das ist von Culture Candela. Achso. Das ist übelgut. Ähm... Sascha? Hm? Du bist doch zuhause, oder? Nein. Immer noch nicht. Der kackt auf unsere Leben und auf unsere Existenz. Boah, Mann, das ist voll traurig, Alter. Ich hab so was Schönes für ihn gebacken. Ha. Letzchen. Hoffentlich giftig ist. Naja, auf jeden Fall giftig und, äh, weisch. 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 Ich hab gestern Chili con carne gemacht, weisch. Ah, genau. No. Gestern Nacht um, also ich bin ja um 11 vor 10 nochmal zum Penny gejumped und hab Hackfleisch besorgt, damit wir ein bisschen was zum Essen haben und damit es gut durchziehen kann. Ich weiß nicht warum ich so eine spontane Aktion gemacht hab, aber war nicht schlecht. Auf jeden Fall ist die Mischung jetzt ziemlich essbar. Also für, ich will jetzt nicht direkt muschig sagen, aber sehr lasch, ne? Also für normale Menschen, also auch für das Sascha das essen kann. Aber jetzt, weil er nicht nach Hause kommt, denke ich mir, mach so eine Monster-Portion mit ganz viel Chili. Das ist richtig schön. Blumen. Genau das fehlt doch ein bisschen. Auf unserer, ähm, Wiese der Freude. Die beruhigt mich voll. Die ist bei dir im Kopf. Nur du hörst hier als einste. Alles nur in deinem Kopf. Alles nur in deinem Kopf. Glocklochstein. Ich hab jetzt los sein Amtstand. Aber das ist ja noch, das ist ja alles in deinem Zimmer. Und ich bringe noch mehr mit, ich bringe mit, was geht. Oder? Ja, ja, das wär sehr nett. Nett. Genau. Irgendwie greift mich kein Schwein an, ich weiß nicht warum. Weil Fische werden nicht angegriffen. Echt? Krass, Mann. Deswegen hast du auch dein ganzes Leben lang Glück, hä? Ja. Nein, ich geh nicht von zuhause weg, also ich bin ja da echt außer Gefahr. Ach so. Und wir bekommen hier einen richtig heftigen Schatten von diesem komischen, von dieser Plattform oben. Und das ist die Gefahr. Gefahr. Ja, wir werden sie uns alles verstorben. Naja. Wofür kommt, was kann man noch mit Rettstum machen? Was schon ausprobiert mit dem Kopf? Nein, mit dem Kopf habe ich nicht ausprobiert. Aber das ist gut, es gibt einen Schutz. Weil der Kopf schießt dann so einen roten Laser immer gegen die Monster. Aber kein Scheiß. Das hört sich so von Anfang gar gar scheiß an, was du da bist. Wieso denn? Weil ich kann es mir nicht mal vorstellen. Ja, ich bin Hunger. Nur weil er sich nicht vorstellen kann. Ja, ich bin Hunger. Ich bin Hunger. Kann man Knochen essen? Ja, ja, das schmeckt richtig gut. Also Knochen, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, bis ich muss Karten aus. Weil sie geht noch nicht. Aber ich habe es versucht, okay, weil ich dir vertraut habe, Mann. Das ist versucht, bevor du mich gefragt hast, weil du so wie ich dich kenne. Ja, ich habe es versucht, als du gesagt hast, klar, mit Salz und Pfeffer. Ja, du brauchst noch Salz und Pfeffer. Ja, das ist doch wunderschön. Muss mal zum Bestätten. Hey, Mama, hey, Mama, hey, hey, Macarena. Genau. Sogar den Baum wegmachen, dann sieht man meinen schönen Pilz noch besser. Also da kommt besser zur Geltung. Ah, Pilz? Ja. Oh, da würde ich zum Arzt gehen. Wunderschön, das passt in unseren Garten. Pilz? Mhm. Im Wald, meine ich. Künstlich im Wald. Oh, oh. Wie soll ich das nennen? Ähm, ich bin der Waldinator. Waldinator? Ja. Ja, nach Sperminator kommt, Aldinator. Sperminator gibt's auch noch. Ja, das ist doch von American Pie, oder wie hieß das? Schirm, 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 Schirm. Ja, das ist ja, Sperminator, oder? Ich hab's wie nicht stein. Ich hab's nicht von nah allein. Scheiße. Wohl scheiße. Wo scheiße. Wo scheiße ist, bei mir. Wieso kann ich schon wieder, oh man. Oh nein, es ist der Geist schon wieder da. Welche Geist? Gott's mich ando. Enderman. Geist. Genschgeist. Der rumfliegende mit dem netten Licht. Ja, ja. Penner. Der gar nicht nett ist. Der kotzt mich so an. Der fängt immer so spontan seine hässlichen, niedlichen Kindergeräusche zu machen. Ja, ja. Und dann fängt er an so zu schießen, so bäm, bäbäm. Du bist so voll am abkacken und er hört nicht auf dich zu fotzen, so. Ich brauche Kohle. Ja, wer braucht das nicht heutzutage? Wer mich bei so eine beschissene, blöde Spinne, Mann. Da werde ich blöde, denn auch ich blätsch binne diese Scheiße Drecks. Da, 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 so, so, scheiße, so heftig hasse ich sie genau. Genau so hasse ich sie auch. Alle wirklich von allein. Hey, halt zum Maul mit deinem Drehen. Das ist Schicksal, Bruder. Oh, man. Oh, man, ich bekomm's nicht hin mit diesem anderen Pilz. Den kann man gar nicht groß machen, kann er sein, den Braunen. Den Braunen. Doch. Auch? Ja. Der Rote sieht aus wie so ein kleines Häuschen und der Braunen sieht aus wie so ein riesen Schirm. Aber der Rote sieht voll cool aus, finde ich. So, hier kann ich noch einmal machen. Ein Roten. Riese. Boah, das musst du dir reinziehen. Vielleicht komm gleich nach Hause. Boah. Wenn das kein Wunder der Natur ist. Ich suche Diamanten. Ganz spezieller Fall. Das ist ganz gefährlich, Jungs. Ich war noch nie, noch nie so... Dobi digital. Dobi digital. Dobi digital. Boah, ich hab die Festung da. Boah. Hast du gefunden? Ich geh in die Festung und werde mich da fotzen. Das ist immer noch die gleiche, wo wir schon versucht haben. Ja, natürlich. Aber andere Eingang. Chilliger Eingang. Nicht so über die ganze Welt laufen. Echt? Boah, hier hab ich... Boah. Boah, wie viele Diamanten da sind. Wuuuh. Laba. Alter, hier ist eine Kiste voll mit Diamanten. Laba, kein Scheiß. Laba, kein Scheiß, bitte. Ich kenn mich halt da überhaupt nicht. Boah, hier ist sogar eine Treppe nach oben. Boah. Ich hab... Boah, jetzt hab ich... Weißt du, was ich hab? Kommt da, ist da unter dir. Ach du Scheiße. Ich hoffe, dass die mich nicht umbringen, wenn ich da die Festung ein bisschen abbaue. Oh. Ich hab übel Angst gerade. Ich hab volle Angst da. Naja, auf jeden Fall dieses schwarze Zeug. Es ist dunkellila. Das kann man abbauen, weißt? Und dann kann man das oben installieren bei uns. Sieht fresh aus, Kontrast, weißt? Aber das Problem ist, hier sind halt... Hier bist du Monster am Start und ich hab Angst, weißt du, wenn ich hier... Oh, der macht schon. Oh nein. Ich hör Monsters bei dir. Bei mir? Mhm. Ja, der war genau vor mir die Ratte. Ich hör bei mir auch die ganze Zeit. Und die laufen tagsüber einfach durch... Oh nein! Ich hab aus der Seine drauf geschlagen! Nein! Nein! Das war's, oder? Ich wollte dir nichts tun! Ah, du bist ja blöd! Ich hör jetzt was Komisches. Nein! Boah, Scheiße, Mann! Und ich hab nicht geschlafen, deswegen hab ich nicht gespeichert und ich muss wieder den ganzen Weg laufen. Das ist nicht so schlimm, ich hoffe nur schwer. Scheiße, wo sind meine Notizen? Wie sagst du so schön, Brot blöd? Oder... Brot blöd. Blöd Brot. Das war wieder Brot blöd. Scheiße, Mann! Das war vielleicht ne dumme Aktion. Das war vielleicht ne dumme Aktion. Ach du Scheiße. Ich muss Zombies finden. Aber weißt du, was mich mehr ankotzt? Dass der Sascha nach Hause kommt. Ja, aber ich muss ja sterben. Wir hatten einen Deal und das sieht doch nicht aus. Komisch, mich hat's grad überhaupt nicht aufgeregt, obwohl ich, ich glaube über 100, ähm, Gold-Leuchtstein-Staub-Beutel hatte und ganz viel von den lächelten Zeug. Das war ja enttäuschend. Achso. Oh Mann. Ich bin gar nicht pisst auf oder so. Aber jetzt geht's los mit meinem neuen Häuschen und zwar aus Holz. Komplett Holz? Ja. Okay. Hm, vielleicht müsste ich ein paar Sachen ablegen. Oder anpflanzen. Wo kann man Pilze schön anpflanzen? Wo kann man Pilze schön anpflanzen? Macht keinen Sinn irgendwo. Auf der Oberfläche, oder? Hm. Ist egal. Also, du kannst ja auch so eine Art Forest machen, so ein Pilz-Forest, weißt du? So ein Pilz-Pilz-Ding, weißt du? Ich muss schon ein bisschen... Ah, Pilzwald. Ach so. Pilzwald. Ich schmeiß die Pilze einfach mal erstmal in die Kiste. Und... Ah, Gammelfleisch nehm ich mit. Gammelfleisch. Setzlinge... Brauch ich jetzt nicht. Knochenmehl auch nicht. Ich bin so enttäuscht. Ich bin gerade auf Säule übers Gejagt, um zu überleben. Echt? Aber ich würde so gerne wissen, wo du bist. Dann würde ich dich spontan besuchen und spontan ein Headshot geben. Einfach so. Okay, ich geb dir Koordinat und dann holst du mich ab. Warte, 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 warte. Wo ist mein Stift? Oh, Dima, du hast mein Stift geklaut, letztes Mal. Ja, das stimmt. Entschuldigung. Ey. Ja, Sascha, wo? Ich höre dir zu. Warte, warte, ich muss mich verstecken, damit mich keiner hier abkriegt. Das wird ja spannend, wenn du mich wirklich findest. Also, ich brauche X. X. 1, 9. Oh! Ah! Ah, warte, 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 warte. Ah, warte, warte, warte. Ah, warte, warte, warte. Alle drehen sich vorne an. X. Ah, vielleicht macht das gar nicht so viel Sinn, wenn jetzt wieder Nacht wird, irgendwas zu bauen. Ah, ich sterbe, ich sterbe gleich, das macht keinen Sinn. Ich kenne das mit dem Sterben. Aber ich bin auch ein bisschen Kohle. Ich habe nichts mehr, ich habe nur ein Herz und mein Essen ist weg. Ich habe ganz viel Herz, aber ich habe nichts dabei. Ich könnte nur mit meiner kleinen komischen Fickchen Hand jemanden einen Totschlag. Ja. Ja. Ja.